Forscher in Großbritannien und China haben vielversprechende Ergebnisse bei der Erprobung von zwei Corona-Impfstoffkandidaten erzielt. Die verwendeten Stoffe haben sich in beiden Fällen als gut verträglich erwiesen und sorgen gleich für eine Doppelwirkung. So wird die Bildung von Antikörpern gefördert und das Immunsystem gestärkt. Der eine Impfstoffkandidat wird von der Universität Oxford in Zusammenarbeit mit dem Pharmaunternehmen AstraZeneca entwickelt. Bei Versuchen mit mehr als 1000 Probanden hat der Stoff eine starke Immunreaktion hervorgerufen. Auch bei einer zweiten Testreihe in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen CanSino Biologics in China hat der getestete Impfstoffkandidat eine sehr starke Bildung von Antikörpern ausgelöst. Weltweit wird seit Monaten intensiv geforscht, um einen wirksamen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus zur Eindämmung der Pandemie zu entwickeln. Die Bundesregierung geht davon aus, dass es 12 bis 18 Monate dauern wird, bis ein verlässlicher Impfstoff der breiten Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden kann.